und bietet ihnen zunächst den Service, der sie sicher ganz am meisten interessieren wird. Die Formation in beider Mannschaften. Die DDR-Mannschaft beginnt mit einer Elf, die keine Überraschung in sich birgt. Und im Tor erwarten wir René Müller mit der 2, das ist der Kapitän, der Leipziger, dann mit der 2, Ralf Hauptmann, der Dresdner, das ist Frank Rode mit der 3, mit der 4, Andreas Trautmann, mit der 5, Matthias Lindner, mit der 6, Jürgen Stübner, mit der 7, Matthias Sammer, mit der 8, Hans-Hufe Pilz. Von ihm hoffen wir, dass er Regie führen kann in dieser Partie, mit der 9, Ulf Kirsten, mit der 10, Ralf Minge und mit der 11, Andreas Thurm. Das ist der verantwortliche Trainer der DDR-Mannschaft, Manfred Zapf. Das ist der Unparteiische aus Dänemark, Herr Jan Damgat. Und er wird in Sekunden die Partie freigeben. Das Spiel läuft im Magdeburger Ernst-Grube-Stadion. Angenehme Temperaturen, fast sommerlich, gute äußere Bedingungen. Und jetzt fehlt nur noch ein gutes Spiel, sprich ein Sieg. Das wäre die Chance, um auch die türkische Mannschaft anzubieten. Die Gäste im Tor mit Engin in seinem zweiten A-Länder-Spiel. Mit der 2, Recep, der Rechtsverteidiger. Mit der 3, Semmy, der linke Verteidiger. Mit der 4, Suneid, der Kapitän. Mit der 5, Keskin Gökhan, der Libero. Mit der 6, Yusuf, das ist der Neue für Kedal Ersa. Mit der 7, Oyur. Mit der 8, der Starter-Elf, Ritwan. Mit der 9, Ouz. Mit der 10, Tancu, vielleicht noch berühmter als Ritwan. Und mit der 11, Ünal. Und das ist der Trainer der türkischen Mannschaft, Tirnaz Tirpan. Und während wir diese Formation eingeblendet haben, war gerade eine Spielunterbrechung. Unterbrechung, Freistoß für die Gäste, für die türkische Mannschaft. Und erstes Achtungszeichen. Nach gut einer Minute. Der Service von der Regie. Und hier haben wir Tanju Kollak, Europas Rekordschütze vom vergangenen Jahr, der René Müller zur ersten Parade. Den Schiedsrichter hatte ich schon genannt, Jan Damgaard aus Dänemark. Er wird unterstützt an den Linien von Lund, Sorensen und Mikkelsen. Semmi. Gegenüber dem Finnland-Spiel hat unser Trainer-Trio auf drei Positionen Änderungen vorgenommen, beziehungsweise notgedrungen vornehmen müssen. Mit der Rückkehr von Pilz, Minge und dem Einsatz von der ersten Minute. Von Hauptmann wurde das Dresdner Element in der Auswahl auf sieben Akteure erweitert. Für viele eine logische Konsequenz, aber sicher auch eine, die gewagt, riskant ist. Aber wer nichts wagt, kann bekanntlich nichts gewinnen. Festgehalten von Inal Bedelf. Es wird Freistoß geben für die DDR-Mannschaft. Es läuft im Magdeburg-Ernst-Grube-Stadion die dritte Minute. Beim Stande von 0 zu 0, Hans-Uwe Pilz. Und der erste Eckball folgt. Erneut getreten von Pilz. Kirsten auf Stübner. Tja, alle Sprüche zählen jetzt nicht mehr. Auf diesen Nenner könnte man die Ausgangsposition vor diesem WM-Qualifikationsspiel DDR-Türkei bringen. Schätzungsweise 20.000 Zuschauer sind bei angenehmen, frühlingshaften Wetter ins Magdeburg-Ernst-Grube-Stadion gekommen. Darunter schätzungsweise auch 2.000 türkische Fans. Nachgehakt von Pilz gegen Jür mit der 7. Hier ein Blick auf die Karawane der türkischen Anhänger. Gut gedachter Pass auf Rüttwan mit der 8. Rüttwan mit der 8. Und Tanju mit der 10. Die beiden, die zuletzt in der Weltauswahl gespielt haben. Hier sehen wir Rüttwan, der zuletzt auch das 1 zu 0 in Griechenland erzielte. Mittlerweile wird nicht weltbekannt geworden und er wird von Ralf Hauptmann beschattet. Vom nahezu international unbekannten Dresdner. Und an so einer Aufgabe kann man eigentlich nur wachsen. Und das ist Tanju, der Rekordschütze Europas aus dem vergangenen Jahr. Er traf bisher dreimal gegen die DDR-Mannschaft im März 87 bereits beim 3 zu 1-Sieg der Türken. Und auch im vergangenen Jahr mit zwei Treffern erfolgreich beim 3 zu 1-WM-Qualifikationsspiel in Istanbul. Und Tanju Kollak mit der 10 soll Andreas Trautmann bewachen. Gefährliches Spiel von Ralf Minge. Das hat Damga durchgehen lassen. Sie merken schon in dieser Anfangsphase, die Türken suchen diesen schnellen Mann mit der Nummer 8, der uns schon viel Kopfzerbrechen bereitet hat in Istanbul. Rüttwan mit der Nummer 8. Vom türkischen Tabellenführer Fener Batsche, Istanbul. Vielleicht noch etwas zur Grundformation unserer Mannschaft. Die beiden Mandecker vor Libero Rode sind also Hauptmann gegen Rüttwan. Trautmann gegen Tanju Kollak. Lindner spielt mehr oder minder Linksverteidiger ohne direkten Gegenspieler. Im Mittelfeld Pilz, Sammer, Stübner. Minge etwas vorgeschoben. Und die beiden Spitzen, Kirsten und Thom, sollen nach Aussage der Trainer möglichst von den Flügeln kommen, um Sammer und Minge die Räume nicht zu nehmen. Und Sammer und Minge sollen natürlich die beiden Angriffsspitzen unterstützen. Manfred Zapf, der verantwortliche Auswahltrainer, der hier 73 gegen Albanien im WM-Qualifikationsspiel als Libero für die DDR beim 2 zu 0 Erfolg dabei war. Hier haben wir die Auswechselspieler eingeblendet. 12 Köhler, Karl-Margstadt, 13 Wosch, Halle, 14 Wuckel, Magdeburg, 15 Doll vom BFC Dynamo und mit der 16 Weißflug von Wismut Aue. Renne Müller im 46. Länderspiel, damit der erfahrenste Akteur unserer Mannschaft. Bei vielen tauchte die Frage auf, wie wird es sich auswirken, dass wir keinen gelernten Außenverteidiger aufbieten bzw. aufbieten können. Denn Döschner, Schössler, Kräher, alle nicht einsatzfähig. Wird das Dresdner Element mit sieben Akteuren befruchtend auf unsere Auswahl wirken? Das sind Fragen, die erst das Spiel beantworten wird. Rüttwahn! 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 Ruhe! 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 Ru Komm her, komm her! 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 Den Mann haben wir ihm bereits vorgestellt, den kennen Sie. Rüttwan! 13 Minuten gespielt im Ernst-Grube-Stadion in Magdeburg im WM-Qualifikationsspiel zwischen der DDR-Mannschaft und der Türkei. 0 zu 0 der Tore stand, nach Ecken eine 2 zu 0-Führung für die DDR-Mannschaft. Das ist der Gäste-Trainer. Der Trainer, Tionas Tirpan und das Selbstbewusstsein der türkischen Fußballer drückt sich unter anderem darin aus, dass der Trainer verkündete, ich suche keine gute Mannschaft, ich habe eine. Dies unterstrich die türkische Mannschaft auch zuletzt beim 1 zu 0 in Athen und selbst beim 2 zu 3 in Österreich. Hauptmann! Gedacht war es gut, aber untemperiert geschlagen, der Pass von Hauptmann auf Stiegler. Eine Viertelstunde ist vorüber, 0 zu 0 und die DDR-Mannschaft hat es bisher noch nicht verstanden, mit permanentem Druck die ballsicheren Türken in Verlegenheit zu bringen. Sama! Sama! Matthias Sama! Matthias Sama schon ohne Fortün beim Europa Cup-Spiel. Trons guter spielerische Ansätze, auch hier überhastet, ohne gegnerische Bedrängung. Für Sie vielleicht interessant, verehrte Fußballfreunde, verehrte Zuschauer am Bildschirm, dass der Trainer Türpan sicher deshalb Yusuf mit der 6 in die Mannschaft genommen hat, um Andreas Thurm auszuschalten. Denn Yusuf kam in die Mannschaft und folgte Thurm auf Schritt und Tritt und Erdal Käser blieb dafür auf der Bank. Die Mannschaft und die Mannschaft und die Mannschaft und die Mannschaft. Rode, Lindner, Sammer. Lindner. Missverständnis jetzt zwischen Recep und Libero Gökhan. Vor kurzem wurde Hans-Uwe Pilz behandelt an der Spielfeld-Außendinie. Offenbar kann er nicht weitermachen, das wäre natürlich jammerschade, denn gerade auf Hans-Uwe Pilz setzte man viele Hoffnungen, dass er da anknüpfen könnte, wo er in Stuttgart aufgehört hat. Aber offenbar hat er sich so verletzt, ja, er humpelt deutlich zu sehen und für ihn wird Thomas Doll kommen. Sie haben vielleicht den lauten Ruf gehört, schade Hans-Uwe Pilz. Und drücken wir ihm die Daumen, dass er schnell wieder volleinsatzfähig wird. Und Thomas Doll rief es schon laut über unser Geräuschmikrofon. Rally jetzt ins Mittelfeld. Also Ralf Minge deutlicher in der Mittelfeldposition und dafür in hängender zwischen den Spitzen Andreas Thoben und Ulf Kirsten. Nun Thomas Doll. Ja, das ist natürlich eine bittere Pille. In der 19. Minute bereits Hans-Uwe Pilz ausgeschieden. Hier sehen wir ihn neben Jörg Weißflug. Der Mann, der an der Schaltzentrale walten sollte. Wollen wir sehen, wie die Mannschaft das verkraftet, wer sich in seiner Rolle hineinbegeben kann. Denn nach 20 Minuten drohte dieser Mann im Prinzip, nöchtern betrachtet, noch keinerlei Gefahr. Ue-Jur mit der 7. Oft an Spielpunkt. Jetzt mit Kopfball. Baujus, Rüttwan, Oberkörper Rempler. Zu kompliziert. Achtung, Rüttwan. Und Tor. Tanju Kolak. Die beiden prominentesten, die beiden torgefährlichsten. Sie produzieren das nach dem Spielverlauf nicht überraschende 0 zu 1 in der 21. Spielregel. Keiner bei Rüttwan. Und dann stieß wie ein Habicht Tanju Kolak hinein. Hier nochmal. Tja, wer, wenn nicht er, schießt die Tore für Galatasaray oder die türkische Nationalmannschaft? Tanju Kolak. Schon in Österreich erfolgreich und zweimal in Istanbul gegen uns. Sein viertes Tor in der WM-Qualifikation. 0 zu 1. Nun müssten aber die Alarmglocken läuten. Aber wenn sie nichts fragen, dann hat die DDR-Mannschaft schon in den ersten 20 Minuten versäumt, wirklich energischen Druck zu machen und zu zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. Ja, Ulf Kirsten hielt sich die Hüfte. Schon seit einiger Zeit. Keine guten Anzeichen. ambitions stopped. Keine guten Anzeichen. Keine guten Anzeichen. Geh ein, Geh ein, Geh ein, Geh ein! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Recep! 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 Ünal, der eigentliche Spielgestalter. Die Türken werden immer mutiger. Gut gemacht, Sammer, Kirsten, Sammer. Und Foul. Gelbe Karte. Gegen Gökhan mit der Nummer 5. Kirsten! Kirsten, Kirsten Kirsten! Kirsten! Kirsten, Kirsten! Applaus Und Kirsten Winge Lindner Turm Die beste Note verdient sich bisher das Publikum, das gewillt ist, selbst bei Ansätzen, bei guten Ansätzen der DDR-Mannschaft zu applaudieren. Zaman Zaman Rode Lindner Zu Signalisiert Zu durchschaubar Zaman 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 Zamaar. Zamaar. Windner. Eine halbe Stunde ist mittlerweile vergangen. Im Magdeburgansgrubestadion führt die türkische Nationalmannschaft nach 30 Minuten durch das Tor von Tancu Kollak nach Vorarbeit von Rüttwan in der 21. Minute mit 1 zu 0. Und die türkische Mannschaft hinterlässt auch den homogeneren Eindruck, ist ballsicherer, während unsere Mannschaft jetzt versucht, über den Kampf das Spiel zu finden, wobei sie sich nach wie vor schwer tut. Es fehlen Ideen, es fehlen Überraschungsmomente. Es fehlen präzise Zuspiele. Das ist Rüttwan. Ein 22-Jähriger, der zunächst mit Tancu Kollak in einer sogenannten Weltauswahl in Udine in Italien zum Einsatz kam gegen Brasilien und mit dieser Mannschaft 2 zu 1 gewann. und diese beiden produzierten auch das Tor. Und diese 1 zu 0 Führung ist bis zum jetzigen Zeitpunkt durchaus verdient. Das ist Rüttwan. Das ist Rüttwan. Das ist Rüttwan. der 2 zu 1. Das ist Rüttwan. Und das ist meist ein gutes Zeichen. Ja, sowas hat man im DDR-Spiel noch nicht gesehen. Der Versuch, die Grundlinie zu erreichen und mit Eingaben in den Rücken der Deckung Gefahr zu erzielen. Wer gehofft hatte, dass die Türken vielleicht hier etwas verunsichert antreten würden, nach dem 0 zu 4 von Galatasaray Istanbul bei Ziawa Bukarest, der wird eines anderen belehrt. Immerhin fünf Akteure von Galatasaray sind hier auf dem Rasen und nichts von einer Schockwirkung zu spüren, ganz im Gegenteil. Hauptmann. Hoyus. Wieder suchte Tanju Kollak-Rütwan. Doll. Sammer, Stübner. Minge. Turm. Hat mal seine Schnelligkeit ausgespielt. Kopfball von Minge. Na, endlich mal. Eine Aktion und die bringt sofort Applaus. Obwohl unsere Mannschaft das Publikum bisher wahrlich nicht verwöhnt hat. Hass hat mal seine Schnelligkeit ausgesaptiert. Mal seine Schnelligkeit ausgesflowing. - Kirsten Lindner. Kirsten Lindner. Kirsten Lindner. Kirsten Lindner. Man spürt's. Es läuft etwas besser. Das spielt der DDR-Mannschaft. Gut gemacht von Ralf Minge, Andreas Thurm. Muss sich schneller vom Ball trennen, Sammer, Hauptmann, Minge. Das kann gut werden, aber da kam Recep noch vor Kirsten in den Ball. Attacke von Rode gegen Rüttmann. Achten wir nochmal auf diese Aktion. Das war die Kopfballablage von Ralf Minge und da wollte Ulf Kirsten zum Schuss ansetzen, aber da war Recep mit der 2 schneller. 38 Minuten gespielt, Pferdefußballfreunde, meine Damen und Herren. Zu Haus nach wie vor 1 zu 0 Führung der türkischen Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen die DDR-Mannschaft. Ich sage, dass all denjenigen, die vielleicht jetzt erst hinzugekommen sind, am Boden Rüttmann, der Mann, der mit seinen langen Sprints für die meiste Aufregung im DDR-Strafraum sorgte, der auf das 1 zu 0 vorbereitete mit einer präzisen Rückgabe. Und die verwandelte dann Tanju Kolak, Europas Rekordschütze des vergangenen Jahres, in der 21. Minute zum 1 zu 0. Das ist der Stand der Dinge. Leider, Hans-Uwe Pilz, schon nach gut 20 Minuten wegen Verletzung aus dieser Partie, dafür Thomas Doll vom BFC Dynamo im Dresd der DDR-Nationalmannschaft. Die 40. Minute läuft. Wir liegen mit 0 zu 1 zurück. Und das allein sagt schon alles. Eckball für die DDR-Mannschaft. Linge, Lindner, Sammer. Attacke von Lindner gegen Torwart Engin. Ünal gegen Sammer. Festgehalten, Freistoß für die Türken, die leichtfüßiger wirken, Antritt schneller, kombinationssicherer. Aber das darf uns eigentlich nach den Begegnungen in Österreich und in Griechenland nicht überraschen. Von Istanbul rede ich nicht. Ous. Aufgelegt, Freistoß für die DDR-Mannschaft. Yusuf, der Schatten von Thurm. Vor der Pause noch der Ausgleich. Thurm, Trautmann. Lindner kann das genauso gut wie Trautmann. Und... Matthias Sammer erhält gelb gezeigt. Hier haben wir unser Trainer-Trio. Manfred Hartz, Heinz-Werner, Frank Engel. Glücklich schauen alle drei nicht in die Kamera. Gökhan. Rüthwan. Gut gemacht. Von Ralf Hauptmann. Zwei Minuten noch bis zur Pause. Nach wie vor Führung der türkischen Mannschaft von 1 zu 0. Thurm auf doll. Und da zeigt Engel ihm, dass er nicht umsonst gegenwärtig die Nummer 1 ist. Recep. Er dürfte schon zufrieden sein. Er dürfte schon zufrieden sein. Trainer Thurkan. Er dürfte schon zufrieden sein. Er dürfte schon zufrieden sein. Er dürfte schon zufrieden sein. Es ist jetzt egal, das heißt es ist nicht egal, ob wir noch vor der Pause den Ausgleich erzielen. Aber es ändert nichts am Pauschalurteil für ein Heimspiel in der WM-Qualifikation. Ist das zu wenig, was die DDR-Mannschaft bisher gebracht hat? Eine einzige torreife Gelegenheit registrierten wir in der 35. Minute nach der schönen Vorarbeit von Thurm, dann den Kopfball von Ralf Minge. Ansonsten musste Englin kaum ernsthaft durch die Luft fliegen. Jetzt Lindner. Das zweite Mal. Herrlicher Wolleschuss des Leipzigers. Erst mit einem Foul und dann gedankenschnell in der Ecke. Nochmal Lindner. Ja, Foul von ihm. Es ist müßig nun zu diskutieren, was wäre gewonnen, wenn Hans-Uwe Pilz nicht hätte frühzeitig ausscheiden müssen. Fakt ist, die DDR-Mannschaft fand bisher keine Stilmittel, um diese ballsicheren Türken in Gefahr zu bringen. Besonders fehlt es an Tempodruck, an permanentem Tempodruck, um die Abwehrspieler wirklich in Verlegenheit zu bringen, weil sie am Ball natürlich geschickt sind, weil sie sicher sind. Schauen Sie sich das an, wie sich Semmi da befreit hat. Halbzeit in Magdeburg. 1 zu 0 führt die türkische Nationalmannschaft durch das Tor von Tanju Kollak, erzielt in der 21. Minute nach Vorarbeit von Rüttwan. Und allein das Resultat, meine Damen und Herren, ist ernüchternd genug. Ich glaube, Sie können zu Hause wirklich einen Türken gebrauchen, der aufmuntert. Hoffentlich kommen dann auch die Spieler dementsprechend für den zweiten 45 Minuten hier auf den Rasen. Das war zunächst Magdeburg. Ich rufe Ulf Dieter Hesse im Studio in Berlin. Eigentlich soll ja ein Moderator immer freundlich dreinschauen, aber ich bin ehrlich, es fällt mir schwer, nach dieser ersten Halbzeit zu lächeln. Nichtsdestotrotz sind meine Kollegen bemüht, in den nächsten Minuten Höhepunkte der ersten Halbzeit zusammenzufassen. Wir werden sie dann einspielen. Wir wollen Ihnen etwas Zeit geben und überbrücken das mit Nachrichten in Wort und Bild. Zunächst vom Radsport. Carsten Wolf, DDR. Rüttwan. Und Rüttwan sucht immer Tanju Kollak, der mit 39 Treffern 1988 Europas bester Schütze war. Und hier zur Stelle ist und Renne Müller keine Chance lässt. Und 1 zu 0 steht es nach 45 Minuten. Eine Führung, die sich die türkische Mannschaft aufgrund der ersten 30 Minuten durchaus verdient hat. Da spielte sie kombinationssicherer, ballgewandter, während die DDR-Mannschaft es versäumte, wirklich ein Powerplay aufzuziehen, während sie es versäumte, torgefährlich in Erscheinung zu treten. Obwohl das Publikum hier in Magdeburg, das muss ich noch einmal deutlich unterstreichen, wirklich gewillt ist, der eigene Mannschaft kräftig den Rücken zu stärken. Und noch können wir sagen, es ist Halbzeit. Noch sind nicht alle Fälle weggeschwommen, aber die Ausgangsposition ist natürlich alles andere als glänzend. Und sie erinnert ein wenig an jene vor 13 Jahren, 1976, spielten wir mit sechs Dresdnern gegen die Türkei. Gingen früh in Führung, kamen dann aber auch über ein 1 zu 1 nicht hinaus. Hoffen wir, dass unsere Mannschaft noch einmal die Kraft hat, die Nerven hat und auch das spielerische Vermögen, um aus dem 0 zu 1 nach den ersten 45 Minuten vor 23.000 Zuschauern vielleicht doch noch einen Sieg zu erzielen. Wir werfen an den Blick. Es würde mich nicht überraschen, wenn schon der kleine Hallenser Dario Schwosch hier in diese Mannschaft hineinkommen würde. An allerdings könnte es auch der Fall sein, dass sich das Trainer-Trio Manfred Zapf, Heinz Werner und Frank Engel diesen Griff noch aufheben. Hier Manfred Zapf, der jahrelang hier in Magdeburg zu Hause war, mit dem 1. FC Magdeburg, dem bisher einzigen Europa Cup für eine DDR-Mannschaft und mit einer DDR-Mannschaft der Rang. Daneben Frank Engel, der viele Junge kennt. Ulf Kirsten, Andreas Thurm, Thomas Doll, Matthias Lindner. Mit diesem Jungen war er bei der Europameisterschaft 1984 in Moskau dabei. Achten wir auf den Anstoß, den die DDR-Mannschaft jetzt vollziehen wird. Auf ihrem Bildschirm von links nach rechts Andreas Thurm. Wenn ich es richtig übersehen habe, dann spielt die DDR-Mannschaft so weiter, wie sie in der 45. Minute aufgehört hat. Und man kann nur hoffen und wünschen, dass unsere Mannschaft jetzt ein schneller Ausgleich gelingt. Dann ist noch vieles möglich. Kirsten. Attackiert vom Linksverteidiger mit der Nummer 3 von Semmy. Matthias Amar. Schnell gespielt, Kirsten Stübner. 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 Endis! 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 Gut aufgepasst von Frank Rohde. Sammer auf Turm. Wir dürfen eins nicht machen. Wir dürfen die Türken nicht ins Spiel kommen lassen. Dann machen wir sie stark. Andreas Trautmann. Tja, hier gibt es sicher die gelbe Karte. Für Ujua. Für den Mann mit der Nummer 7. Wurziger! Wurziger! Ja! 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 Zünett, der Kapitän. Zünett, der Kapitän! Lindner! Mit dem rechten Fuß kann er das zweifellos besser. Zünett, der Kapitän! 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 Thomas Doll behandelt von Dr. Hensch. Hier sehen wir Manfred Zapf, Heinz Werner, Frank Engel, Fritz Wuttke, der Mannschaftsleiter. Horst Friedl, der Masseur. Die Aufregung auf der Bank ist zu verstehen. Turm. Keinerseits, keinerseits, Lindner stand noch hinter Rüttmann. Unkreuz gefährlich! Und hier hat, glaube ich, Rüttmann bewiesen, dass er momentan einer der gefährlichsten Angreifer ist, die es in Europa gibt. Hier waren wir mit Fortuna im Bunde. Es macht sich nachteilig bemerkbar, zweifellos, dass wir von den Außenverteidigerpositionen keine Leute haben, die im Stile von Außenstürmern zusätzliche Gefahr bringen. Allein, Überraschungsmomente, Sommer. Die hautnah markierten Stürmer, Kirsten und Turm, allein können es nicht schaffen. Und aus der mittleren Zone heraus gelangt ist Minge und Sommer im Wechsel auch noch nicht effektiv, Turm und Kirsten zu unterstützen. Doll. Alles Ginge. Sehr schön, wie er sich hier nach oben geschraubt hat. Hoppla. Stübner. Stübner. Und Lindner. Wieder Rüttwan. Hier sieht man die Ballfertigkeit auf engstem Raum. Ünal. Kirsten Lindner. Kirsten Lindner. Kirsten Lindner. Kirsten Lindner. Kirsten Lindner. Die türkischen Fußballer haben in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht. Ausländische Trainer haben vor allen Dingen in taktischer Hinsicht viel eingebracht. So, Veselinovic ein Jugoslave bei Federbatsche. Und auch der engländer Milner bei Besiktas. Kirsten Lindner. Kirsten Lindner. Kirsten Lindner. Kirsten Lindner. Eckball. Der 8. Eckball. Eckenstadt 8. Zeins für die DDR-Mannschaft. In diesem Falle interessant. Vielleicht für sie verehrte Fußballfreunde. Aber Tore stand 0 zu 1. Führung für die Türkei. doll ja wenn es doch mal klappen würde doll minge samm auf doll mindner turm kirsten 1 werner läuft in richtung renne müller tor und winkt möglicherweise wasch an achtung kirsten und der kapitän klärt zu netz leider lokal matador markus mutter kommt heran die zeitlupe gespannt noch haben wir zeit noch haben wir zeit jawohl achtung redshift nimmt kirsten in die zange na ja wir nehmen es erst mal dankend an noch ist es nicht vollbracht vielleicht bringt die wende 14 die minute der zweiten halbzeit lindner matthias der leipziger eigentlich ein mann mit nerven inzwischen noch eine gelbe karte für einen türkischen spieler für für den kapitän also atmen wir noch mal durch fünfzehnte minute in der zweiten halbzeit 1 zu 0 für die türkische mannschaft die möglichkeit für die ddr-mannschaft auszugleichen durch matthias lindner per faul strafdorf enghin gegen lindner die türken werden sagen ausgleichen die gerechtigkeit wir müssen wohl sagen es passt ins bisherige bild was unsere nationalmannschaft hier in diesem wm qualifikationsspiel geboten hat ich höre in der region wir haben die möglichkeit das tor aus anderer perspektive vielleicht nochmal zu sehen die chancen wäre jetzt gegeben signalisiert telegrafiert natürlich auch gut reagiert von enghin tja jetzt macht sich natürlich unruhe breit wie am bazillus bei fast allen hoffentlich steckt er nicht noch markus wucklern der möglicherweise in wenigen augenblicken in diese partie kommt ein schussstarke man es wäre sein zweites länderspiel lindner oder sammer und lindner ja wenn so ein ball mal sitzen würde zur ehrenrettung von matthias lindner muss ich sagen dass er mir trotz allem wenn man das überhaupt bei diesem spiel der ddr-mannschaft sagen kann am besten gefallen hat vom kämpferischen her vom aufbegehren lindner und rohde lindner für einen mittelfeldspieler wir registrieren die achtzehnte minute der zweiten halbzeit lindner und der magdeburger wird von den vielen magdeburgern natürlich mit beifall empfangen lindner und auch die türkische mannschaft hat mit der nummer 15 edal keser bereit ein 25 jähriger im 28 länderspiel ein ball sicherer spieler der in der bd bundesliga spielte in dortmund in schalke und sicher jetzt dafür sorgen soll dass der ball weitestgehend in den eigenen reihen gehalten wird hier nochmal dieses knallbonbon von matthias lindner aber auch die reaktionsschnelle parade von engl die reaktionsschnelle die reaktionsschutz die reaktionsschutz Das ist klar, Lindner ist häufig der freie Mann auf der linken Verteidigerposition, aber kein gelernter Außenverteidiger, kein gelernter Stürmer, so versucht er es meist mit Flugbällen. Annikating. Herz, Herz, Herz! Schreie! Herz, Herz! Herz, Herz! Herz, Herz! Herz, Herz! Brautmann. Hier Ralf Minge, es wird ganz schwer, diese gut gestaffelte türkische Mannschaft, die auch viele kopfballstarke Abwehrspieler in ihren Reihen hat, noch aus den Angeln zu heben. Dazu macht diese Mannschaft einen zugeschlossenen Eindruck. Ohne dass wir sie in die europäische Spitze heben wollen. Ich bin sicher, Erdar Käser wird nicht mehr. Er wird gleich weiterspielen können. Da war nichts weiter gewesen, das hat man gesehen. Auch der Schiedsrichter Jan Damgan aus Dänemark, an dem es wahrlich nicht liegt, dass wir zu diesem Augenblick 0-2 im Rückstand liegen. 30 Minuten nicht zu sehen, Tanju Kollak mit der 10. Aber dann im Bilde, wenn man kaum mit ihm rechnet. Auch ein Gütesiegel für einen Torjäger. Kirsten. Kirsten. Ja, da kann es einem schon den Schweiß auf die Stirn treiben. Kirsten. 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 Ja, so einen Ball optimal zu treffen, da gehört auch ein wenig Glück dazu. Ja, so einen Ball. Die Hand war mit im Spiel. Rüttwan, klasse gemacht. Also wenn sich nicht mal die Dresdner verstehen, wie jetzt Sammer und Kirsten. Dann ist das ein bedenkliches Zeichen. Rüttwan. 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 Das ist jetzt immer gewagt, so eine Prognose. Sie wissen es, mit einem Gewaltschuss kann plötzlich Stimmung aufkommen, sich das Blatt noch wenden. Aber da läuft zu vieles nebenher statt miteinander, als dass man noch sehr viel Hoffnung haben könnte. Rüttwan. Rüttwan läuft schon wieder in Stellung. Rüttwan. 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 jetzt wickel hat einen schuss versucht wenigstens versucht wenigstens wir sind das schon bescheiden geworden in unseren ansprüchen ja hier hat man gesehen was dieser mann auf der pfanne hat man so schön sagt auf der anderen seite haben wir kürsten gesehen wie er den ball verzogen hat wolle und hier haben wir gesehen wie dieser mann mit dem linken bein das tor nur um zentimeter verpasst hat noch mal aus anderer perspektive wieder rütt waren der vorbereiter und aus diesem winkel das war das 2 zu 0 für die türkische mannschaft das in der luft lag tom auf sammer toll jeder einzelne das wollen wir nicht verkennen zeigt das was man natürlich von anbeginn unbedingt erwarten musste einsatz kampfkraft aber das ist nichts besonderes in einem wm qualifikationsspiel das setzt man voraus noch knapp zwölf minuten hoffnung in den rückraum gespielt tanzu kollak missverständnis zwischen ihm und erdahl käser ja ja festgehalten von schenet dem kapitän mit der nummer 14 kommt jetzt die die karlige kann von ankara gücci für die nummer neun für den verwandten ojus und nach zehn minuten zu spielen beim stande von 1 zu 0 für die türkische die mannschaft Stadion vor 23.000 Zuschauern, die DDR-Mannschaft versucht es jetzt mit der Brechstange, den 0-1-Rückstand noch wettzumachen, aber sieht beim besten Willen noch nicht danach aus. Dieser Flugball ist gewissermaßen eine Bestätigung dafür. Hier der eingewechselte Mann, Gökan 2 könnte man sagen, alle türkischen Spieler werden mit dem Vornamen eingeblendet, kein Bruder des Liberos, Keskin Gökan mit der Nummer 5. Doll, gut gemacht auf Wuckel, aber hier sehen wir auch die Antrittsschnelligkeit der Abwehrspieler, der Männer mit dem Halbmond auf dem Trikot. Eckball, 9 Minuten vor dem Abpfiff, beim Stand von 1 zu 0 für die Gäste aus der Türkei. Doll, jetzt muss der Ball aber noch kommen. Frank-Rode hält es jetzt schon lange nicht mehr hinten. Takf,aden ¿Bus? Krass... W살en! W살en! Tanju Kollak mit der 10, ein kleiner Mann, lauert auf seine Chance. Und jetzt kommt die türkne Wahl, Übermachtspiel mit der 14, Gökhan, Erdan Kesal. Ganz links stand Tanju Kollak frei, Andreas Turm. Sieben Minuten noch und Ritwan, hat er den Mut in Solo davon zu stiefeln. Aber da hat René Müller zum Glück gut aufgepasst. Wuckel schießt den eigenen Mann an. Freistoßmöglichkeiten nochmal für unsere Mannschaft. Sechs Minuten vor dem Abpfiff. Wenn ein Tor fällt für uns, dann glaube ich nur aus einer Standardsituation heraus. Aus der Kombination heraus schon nicht mehr. Eckball. Eckenstand, sage und schreibe 13 zu 2 für die DDR-Mannschaft. Aber Tore stand 0 zu 1. Es gelingt nichts, es gelingt nichts, Ralf Minge aus nächster Distanz. Vorher war der Arm oben von dem gut amtierenden Schiedsrichter Jan Damgat aus Dänemark, der in seinem sechsten Länderspiel ist. Das ist der Stand der Dinge, 5 Minuten vor dem Abpfiff. Und es sieht nicht danach aus, als könnte die DDR-Mannschaft in den letzten 5 Minuten gegen diese ballsicheren und mannschaftlich weitgeschlossener wirkenden Türken noch den Spieß herumdrehen. Im Gegenteil, über weite Strecken blieb bisher alles Stückwerk in unserer Mannschaft, harmlos, ohne zündende Ideen, ohne mannschaftliche Geschlossenheit. Positiv allein, das aufbegehren, das kämpferische Aufbegehren, hin und wieder, aber ansonsten Fehlanzeige. Ja, nach Lage der Dinge wird sich hier kaum noch etwas ändern. In Absatzposition, Rüttwan, der Mann, der wohl hier am meisten über den Rasen des Herrn Skubestadions gestiefelt ist. Die über 2000 türkischen Anhänger können jubeln. Nun ist der Sack zugebunden. Wieder eine Gemeinschaftsproduktion zwischen Rüttwan und Tanju Kollak. Tanju Kollak uneigennützig zu Rüttwan und der lässt Müller keine Chance. 2 zu 0. Eine verdiente Führung der türkischen Mannschaft, die in allen Belangen besser war als unsere Mannschaft. Beim besten Willen, das war keine Elf. Das waren elf Einzelspieler, die mehr und mehr von einer Verlegenheit in die andere stürzten. Damit können wir wohl sagen, Arrivederci, Italia 90 und die Redakteure der Fußballwoche brauchten eigentlich nicht lange nach einer Titelzeile zu suchen. Es treffe den Kern, wenn sie jene nach dem 1 zu 1 von 76 in Dresden gegen die Türken nur austauschen würden. Enttäuschend auf der ganzen Linie. Wenn der Leipziger Matthias Lindner der gefährlichste Angreifer der DDR-Mannschaft war, der Linksverteidiger, dann ist das ein Fakt, der nicht alles sagt, aber vieles. Mit dieser Leistung, so nüchtern und eindeutig muss man das sagen, haben wir auch bei der WM-Endrunde in Italien wirklich nichts zu suchen. Anerkennung der türkischen Mannschaft, die schnellere Fortschritte gemacht hat als wir in den letzten Jahren. Und die ihre Chance erhält, nach 1954 das zweite Mal bei der WM-Endrunde dabei zu sein. Das nächste Spiel für die türkische Mannschaft am 10. Mai gegen die UDSSR zu Hause. Unser Gang nach Kiew, wie schwer der sein wird, das brauche ich nicht näher zu erläutern. Der Gang zum Vize-Europameister am 26. April. Jubelgesänge im Block der türkischen Anhänger. Die Bedenken, dass wir ohne etatmäßige Außenverteidiger gespielt haben, waren durchaus berechtigt. Natürlich ist man immer schlauer, wenn man aus dem Rathaus herauskommt. Aber die beiden Spitzen, die torgefährlichen Tanju Kollak und Rüttwan, die beide in einer sogenannten Weltauswahl spielten, haben die Entscheidung am Ende erzwungen. Gegen sie fanden wir in entscheidenden Sekunden kein Mittel. Gökhan, Ausnetz. Jedikali, Gökhan von Ankara, Gücü. Tja, in den letzten Minuten sind wir sogar zum Spielball dieser türkischen Mannschaft geworden, die keinesfalls, das sagen wir nochmal deutlich, europäische Klasse, Spitze verkörpert. Aber wie weit weg wir da vorne gegenwärtig sind, das haben diese 90 Minuten gezeigt. Es sind jetzt schon zwei Minuten Nachspielzeit im Magdeburg-Hansgrube-Stadion, wo die türkische Nationalmannschaft durch Tore von Tanju Kollak und Rüttwan verdientermaßen mit 2 zu 0 führt. Und auch keine Mühe hat, die harmlosen DDR-Angriffe abzublocken. Ralf Minge Am Ende ein deprimierendes Resultat.